ASG Bildungsforum Guten Morgen, hier ist Himmel und Erde aus Düsseldorf, heute mit Annette Florin. Das Letzte Gebot, so heißt eine Veranstaltung, die am nächsten Samstag in Düsseldorf stattfinden wird. Das Letzte Gebot ist eine Aktion, die sich der BDKJ Düsseldorf, die Botschaft und die Stiftung Seelsorge aus Wuppertal zusammen ausgedacht haben. Und unser Ziel ist es, der Name verrät schon ein bisschen, wir machen eine Auktion, also eine Auktion, wir versteigern verschiedene Dinge und sammeln Geld für einen guten Zweck. Erzählt Tobias Schwertfeger, der gemeinsam mit seinem Bruder Tim die Moderation der Auktion übernehmen wird. Beide sind in der katholischen Jugend aktiv und die steckt auch hinter der gesamten Aktion. Patricia Zipper ist die katholische Jugendseelsorgerin in der Botschaft, dem katholischen Jugendzentrum in Düsseldorf. Sie hatte die Idee zu einer solchen Auktion. Etwas Karitatives tun, also Nächstenliebe verbreiten, dann der Spaßfaktor, den habe ich dann immer noch, mal testen, ob wir das so können. Es war für mich auch sehr wichtig, nochmal zu schauen, dass nicht ich oder wir Hauptamtler das Ganze nur stemmen, sondern auch mit unseren jungen Ehrenamtlern, jungen Erwachsenen, Jugendlichen was zusammen machen. Und so nahm die Auktion Gestalt an. Überwältigt war das Orga-Team von der Spendenbereitschaft vieler Düsseldorfer. Kunstschaffende, Restaurants, der Düsseldorfer Fußball und der Eishockeyverein, Geschäftsleute und Privatpersonen, sie alle spendeten die teils hochwertigen Exponate für die Versteigerung. Die findet auf ganz besondere Art statt, wie Tobias Schwertfeger betont. Uns war wichtig, dass nicht nur Leute mit dem größten Portemonnaie Sachen mit nach Hause nehmen können, sondern dass auch Leute, die vielleicht nicht so viel Geld haben, eine Chance haben, was zu ersteigern. Deswegen haben wir einen ein bisschen anderen Versteigerungsmodus genommen als den, den man so kennt. Also die Summe kommt quasi am Ende aus der Gemeinschaft zusammen und es geht vor allem um das richtige Timing. Und das letzte Gebot kriegt am Ende den Zuschlag. Der Erlös der Versteigerung kommt Flüchtlingen aus Düsseldorf und benachteiligten Kindern in Wuppertal zugute. Tim Schwertfeger Ich würde mich persönlich jetzt freuen, wenn da viel Geld für zusammenkommt, weil das da tatsächlich auch wirklich an der richtigen Stelle ankommt. Wer kommen und mitsteigern möchte, kann die Exponate vorab auf dem Instagram-Account der Botschaft anschauen. Hier haben Tim und Tobias Schwertfeger Reels eingestellt. Und, ganz wichtig, man sollte sich anmelden unter das-letzte-gebot.de Hier stehen auch alle weiteren Infos. Patricia Zipper freut sich schon. Ich habe selbst schon gesagt, und wenn nur 30 Leute kommen würden, ich habe selber so viel Freude an dieser Vorbereitung. Auch das Üben dieser Auktion alleine mit Tim und Tobi war super lustig. Ich freue mich sehr darauf und das ganze Team. Übrigens, hier noch ein Tipp, was so los ist in Düsseldorf. Bilder zu Leben, Alltag, Geschichte, Kultur und Krieg in der Ukraine sind noch bis zum 18. November im ASG-Bildungsforum zu sehen. Stand with Ukraine im ASG-Bildungsforum in der Gersheimer Straße 90 zu den gewohnten Öffnungszeiten. ASG-Bildungsforum ASG-Bildungsforum